So, dann mach mal mal mit. Spaß, ich geh kurz und mach Kaffee. Geh mal mit? Ja, nein. Wieder Zucker und... Ja, zwei Stück Zucker, wenn's geht und... Fleischig! Ja? Soll ich dir auch noch Kaffee und Zucker tun? Dann gucken wir mal, wa? Lululu, ich mag mich mal wie du. Lululu, oh Gott. Geht'n das? Schmelztiel der Seele! Angriff, Tappbarkeit, eins pro Ruhephase der Wäscher. Was ist das hier? Flammende Hingabe. Dann machen wir doch das mal mit Räschlich oder mit Läschlich. Okay, dann so. Lululu, machen Sie jetzt... Niederschlag, das machst du mal. Oh. Was war das jetzt? Okay. How may I help? How may I help? Äh, keine Ahnung. Darf halt mal den da an oder so? Oh. Oh. Wiederhaken der Verdammung! Bestraft dein Ziel für seine Sünden! Im Namen Gottes! Oh, das ist... Okay. Was? Trinkst du jetzt das Bray? Weißt du, das ist eine? Mit Milch! Oh wow, ernsthaft? Bist du so gedamaged? Oh, was ein Lappen! Machen wir das Ganze so... Ja. Ach du Scheiße! Ja. Das ist voll der Fassager-Grupp! Feuerstrahl, was haben wir noch? Haben wir noch mal das hier. Quatsch. Okay. Okay. So machen wir das. Nun denn. Na ja, was ist denn das? Das Fische, der immer noch, willst du mich verarschen? Ja, hab mal hinten jetzt. Oh! Oh, stimmt, die Zauber gehen ja irgendwann nicht mehr. Was ein Scheiß! Ich bin grad zum ersten Mal übrigens, gell? Ich will nix hören. Ach was, das ist doch bald das Gate. Nur ein schönerer Grafik. Ja, ja, ja. Ich glaub... Wollen wir nochmal so... Ach. Habt ihr das jetzt aus dem Auge gekriegt, da? Doch gar nicht, ich bin doch im Gretchen-Kampf die ganze Zeit. Oh wow, die leben immer noch. Lol. Viele Anfragen für die Chronik hast du denn, du? Ja, schlimm, weil ich nicht geredet weiß, aber... Hm? Hör doch auf, bei mir Sachen zu machen, die ich nicht will. Das war nur ich. Achso. Ähm. Ja, kacke. Mein Team ist fast tot. Scheiße. Mein Team ist... Ja. Und? Ich dachte, Strategie ist gut? Ja, wenn ich aber nicht mal das erste Level gemacht habe und direkt reingeworfen, wäre das natürlich so eine Sache. Das ist das erste Level nach sieben Stunden. Ja. Was hatten sie noch? Du weißt schon, ist das, glaube ich... Hi? Ich mache mir den krassen Ring von meinem Freund und... Hä? Warum bist du denn gestreift? Of course. Bewegt dich! Lol, lol, lol! Hier oben warst du tief. Ah fuck! Sind sie alle tot. Ja, ich kriege auf die Eier. Find ich gut. Ich mach nichts mit Damage. Ich weiß ja fast nichts mehr. Und die machen auch alle keinen Schaden. Ja, keine Ahnung. Der ist doch fast tot. Der hat noch einen Strich. Oh, nein. Ja, das könntest du einsetzen. Du hast nur noch die am Start, ne? Ja. Also, den Eier hast du besägt, dann lebt. Davon macht sich mal dermaßen blass. Alles klar, Steve, die Nase. Ab prompt habe ich dich mit verlinkt. Unser cooler Partner in Sachen Server-Technik. Ja, immer die Fehler aus Besser, die ich mache, wenn ich in der Internetseite rumschomme. Oh, renn weg! Lauf! Kann man nicht. Warum kann die nicht laufen? Was ist denn das für ein Scheiß? Die ist total unnützlich, die alte. Ja, stürb. Du kannst doch auch einen Fernseher, wenn du... Die Kuh wurde eliminiert. Fuck off. Laden. Dann schnellspeichern suchen. Mhm. Vielleicht speichern das weiter. Nicht löschen, sondern laden. Das hier. Ja. Boah, ja, ich habe nicht beim ersten Level gespielt, von daher. Ja, ja, Ausreden, Ausreden. Hast du nicht gesagt, das ist 1 zu 1 Baldur's Gate? Oh. Das ist ein Oldschool-Game wie Baldur's Gate. Und ich das 1 zu 1 ist. Ich benutze aber 1 zu 1 dieselbe Ding. Vor allem würde ich nie einen Paladin benutzen. Das ist vor allem nicht auch so eine Sache. Warum? Ich mag Paladine nicht. Ich mag Paladine nicht. Das kommt aber aus der WoW-Zeit, oder? Ja. Wieso machst du dir jetzt nicht platt? Ich bin doch irgendwas in der Gegend, oder? Nein. Das sind die letzten Gegner. Unten geht's weiter. Das hat eine Spätimension. Das ist ja runtergehen. Geh mal weiter. Geh mal weiter. Guck mal auf die Karte, wo du überwindelst. Ich muss in den Süden, das weiß ich. Jetzt gehst du mal rechts aus der Karte raus. Nein, das ist nur was du guckst. Jetzt gehst du einfach nach rechts. Ach ja. Lululu, ich mag mich mehr wie du. Ich mag Äpfel, Lululu. Alle sind schwul. War schon immer so. Hast du das gesagt, oder? Hast du das gesagt? Nee, aber ich bin der gleiche Meinung. Palas sind schwul. Du hast keine Ahnung, Junge. Das Ding wird aber nach Norden. Ist egal. Er klickt drauf. Das ist einfach nur das Zeichen für die Karte. Oh wow. Jetzt kannst du da nach Karten nur laufen, oder du gehst weiter nach unten. Vielleicht ist es halt eine Stadt, ne? Was ist ja? Ich habe keine Ahnung, was du so scared meinst. Ich glaube, das ist in Erne. Ja, da geh halt in die Stadt. Zwölf Stunden, dann machen wir morgen weiter. Ja, genau, morgen weiter. Das ist kein Free-to-Play-Browser-Game, mein Freund. Oh, kommst du runter? Was ist denn das? Ja, die Falschstellung. Die Falschstellung. Ja, haust du drauf. Du kannst unten übrigens auch die Anordnung ändern, ne? Links, wegen vorne stehen und so. Weil du kannst dir hier ein Falschstellung machen. Ja, vielleicht mal so. Du bist nur einen ausgewählt, ne? Ist ja schon klar. Ja. Du musst mitfragen. Damit du jetzt wirst, die Kleiner hier alle kommen. Der kann umhauen, ne? Bei der Falschstellung. Ja, das habe ich schon ausgewählt. Das war ziemlich cool. So, dann mach dir bei dir erstmal das hier. Und du kannst auch mal so draufschießen. Und du bitte auch. Haben die überhaupt die Falschstellung auf dem Haus gewählt? Ja. Gut. Das ist wie ich schon, oder? Mehr noch, ne? Oh, die hält aber viel ab. Attacke. Zingel, die in den Stiefel kreist. Du sollst halt auch machen lassen, ne? Diese gelbe Balken. Jetzt diese Zeit, wie sie auch... Ja, ich bin zwar gewohnt von meinen ganzen jetzigen Spielen. Und auch vom WoW, da ich 5000 Mal auf Angreifen tricke, auch wenn ich es weiß, dass ich automatisch einen Angriff habe. Hast du auch mit dir verglichen. Das ist natürlich geil. Was für ein Ding? Ja, ja, das ist cool. Ausgerüstet... Alles mitnehmen, der Spatz. Da ist keine Begrenzung. Warte mal kurz, Intellekt. Plus zwei, zwei. Ich werde einhändig. Das wäre nicht. Du nimmst halt mal mit und dann kannst du immer noch... Nimm alles mit. Immer verkaufen. Das ist ein Rollenspiel. Das ist... Du hast hier keinen mehr mit. 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 Hast du jetzt alles mitgenommen oder nicht? Ja, hab ich. Auf die Hand drücken müssen. Wir hätten das einfach alles mitgenommen. Ich würde speichern. Ich lese mir halt gerne durch... Fünf. ...durch, was die Sachen können. Damit ich dann auch weiß, was ich ausrüste und was ich mache. Ja, aber das... Guck mal, kannst du anquatschen, ne? Verdammte Plünderer! Die haben keine Lust, sich eine Anstieg in Arbeit zu suchen. Das heißt, du verstehst. Ich habe auch keinen Bock zu arbeiten. Ja, der... Oh, doch. Verdammtes Patch. Schmurmelt die Frau, als sie mit ihrem Fuß in die Erde tritt. Und dadurch eine Erd... Guck mal hin. Guck mal hin. Zoomen? Ja, raus. Guck mal hin. Nein. Heilreisender! Sagt sie begleiten von einem halbherzigen Winkel. Die Brücke nach Brunsbruchs aus der Betriebe. Okay. Ähm. In der Fußlinie haben die meisten Fluten. Die Orle... Orlan... Die Orlane... Da bin ich behindert. Die Orlanerin. What the fuck? Keine Ahnung. Entweder das ist ein Übersetzungsfehler... Nein, das ist ein Wort. Aber ich bin gerade einfach zu blöd gewesen, es auszusprechen. Boah. Kenne ich nicht. Die... Die Mattenbrücke. Weil die direkteste Route von Goldtal nach Trutzburg. Händler und Reisen müssen Sie es mit dem Boden übersetzen. Okay. Ja, ich mach mal ein Selfie, wo es aussieht, als würdest du arbeiten. Wenn die Kamera mitmacht, aber die rennt doch gerade das alte Bild. Whisky. Whisky. Whisky? Hm. Alle mal freundlich grinsen, ihr kommt jetzt auf ein Bild. Lachen wir mal weiter. Hm. Haben die gegrinst? Ah, du hast den Mittelfinger gezeigt. Tja. Jetzt hab ich nur einen ausgewählt. Jetzt hast du es gemacht. Jetzt hast du es gesehen. Ich muss es... Right. Überhaupt keine Produktplatzierung hier mit den Hall of Gaming Kassen. Nein. Warum da fehlen nur einen... Das ist jetzt halt wieder was. Als du dich näherst, spürst du eine lebhafte Vergangenheit in der Seelen-Event dieses Mannes. Stimmen aus ihrer Vergangenheit scheinen nach dir zu rufen. Die Seele erkunden. Jawohl. Oh, wow. Oh, wow. What the fuck? Total sinnlos und belanglos, aber hauptsache mal gelesen. Kann ich mit den reden? Oh, cool. Oh, Lord. Ja, komm. Heck ja. Ach, stimmt. Da war ja was. Ich muss mal was allanglaufen. Ich geh doch zurück in diese Stadt da. Ich will grad Richtung Stadt gehen, aber die Brücke ist ja kaputt und deswegen muss ich mal was allanglatschen. Ach ja. Wow, wer ist das denn? Ein Gegner. Ein Plünderer. Irgendwie Infos? Nein. Das ist ein Zweiter. Ah, nee, das ist nur ein Busch. Nicht die Plünderbusch? Solltest du mal zwischendurch mal rasten, aber am besten gehst du mal in eine Strecke. Nicht auf den Weg. Ich weiß nicht, bei der Sea Shepherd gibt's eine geile Ruderwege? Ja. Die Kameraträgerin ist? Der was? Die Shepard. Eine Serie. Du guckst den Scheiß? Nein, das hat deine Tandera das gar nicht geteilt. Ich guck den Scheiß nicht. Das sind diese Wahlretter-Hippies da. Ja, ja, aber die haben eine geile Hunderige dabei. Wow, das sind wirklich zwei. Ich hab gesagt. Mieser Wichser. Ja, das ist doch dieses Umhauen. Nein, du hast schon einen Daumen. Ja, ja, ja. Ja, aber ich hab's auf den dahinten eingesetzt. Mach lieber auf den hier. Ich würde die Bogenschützen aber auf den Bogenschützen hetzen. Das hab ich schon. Das hab ich schon. Da bin ich schon dabei. Du machst die Attack aber auch mal auf den. Dem. Ja, was wollte ich jetzt machen? Ach so, ja, ich wollte unser geiles Bild auf Ratzebuck posten. Ja, schießt weiter auf den hier. Nein, ich mach's auf Instagram. Ups. Hast ihn umgehauen? Nee, der lebt noch. Da hinten Bogenschütze. Jetzt stiefelt ihn. Wow. Oh, ist das jetzt. Stiefeltaktik. Oh, cool. Ja, nimm alles mit. Alles. Das hat einfach nur 0,0. Das ist nix. Egal mitnehmen, verkaufen, gib Geld. Geld ist wichtig. Gut, wenn du sagst, du hast genug Inventar frei. Ja, guck doch, geh doch aufs Inventar. Guck, wie die Gedämme wegkullern. Da kannst du Zeug einsammeln, da dieses Wechsel da in der Mauer. Was ist das? Zeug häusern und basteln. Zeug machen. Nooo. Lieber oder Freund, seid ihr böse? Oder sieht ein bisschen böse aus? Sonst hätten sie angekriegen. Verschwinde! Geh weiter, Fremder. Ja, wir wollen keine Schwierigkeiten bekommen. Auf Stress, ne? Die ausgefransten Side-Ende treibt im Fluss. Was ist los mit dem Paffs Maul? Verschwinde. Der Text kenne ich schon. Verschwinde, verschwinde. Fährenfracht. Alles nehmen. Oh, oh. Setz den Magier ein. Das war mir aber... Kannst du noch angreifen? Mit dem? Ja, man. Setz den Feuerstoß ein. Aber pass auf, dass du deine Leute mitnimmst. Ja. Weil die kriegen dann freundlich Ausdauer verloren. Musst du dir das vorschicken. Ein bisschen. Der macht kurz Pause. Wieder Pause. Na, super. Der haut ganz hinten, der blöde Bauer. Ja, das ist nicht so gelaufen. Aber es war mir fast schon klar. Ich habe nur gesehen, da ist eine Kiste. Und ich dachte mir eigentlich schon, LOL. Ja, hau den um, den vordersten. Dann hast du wieder Platz zum Laufen. Ja, du hast die Kiste aufgemacht. Ja, ja. Das darfst du nicht machen, weil das ist den ihre Kiste. Und wir hast das automatisch... Das weiß ich doch nicht, wenn es mir keiner... Das habe ich dir auch gesagt, weil wir in dem Haus waren. Wenn du da jetzt Sachen lootest, dann nehmen die dich als Kieb und dann flöt. Du freust dich ja auch nicht, wenn jemand dein Hausbaum und deine Kiste aufmacht und dein Zeug macht. Können wir mal eure Skills ein bisschen aktivieren jetzt? Ja, der hat immer noch umgehauen. Ach, weil der nicht durchkommt. Doch, die stehen halt auch saublöd da hinten. Was kann der machen? Mach mal dein Feuerschwert hier. Fünf Stichschaden. Okay. Zehn Stichschaden. Griffbünderer. Und dann krieg ich dafür ein bisschen und dann schau es. Oh, ja, sowas. Sein eigener umgefallen jetzt? Der hat seinen eigenen Mann angegriffen. Warum... Was ist denn die Scheiße, oder was? Ich verstehe das manchmal nicht in dem Spiel, ne? Brauchst du mal bitte jetzt den da rum, dass wir jetzt hier nicht mehr haben? Ja, weißt du was? Mach mal den da. Yes. Wenn du schießt gerade, dann hat mich noch wenigstens recht. Geht doch. Yes. Ja, yes. Kann ja auch was aufmerksam. Dann machen wir das gleiche, wenn ich noch mal. Okay. So. Der hat noch immer keinen umgehauen. Der kommt nicht durch, weil der andere Hanebammer im Weg ist. Ich krieg die Krise. Oh, ich hasse ihn. Dann bin ich den hier um und du schießt einfach weiter auf den. Das ist der Herr, wer das hier wieder kommentiert. So, jetzt müssen wir schon noch zwei, weil mein Magier da... schmelzt. Jetzt muss ich den und du schießt den da oben an. Yes. Yes. Geht doch. Easy. Hey, ich hab'n Helm gefunden. Wer hat nochmal das Spiel gemacht? Paradox Interactive, oder? Paradox? Es dürften die gleichen sein. Also Disney, die wohl die ganzen Spiele machen, wo ich auch immer zock. Hier, äh... Hier, äh... Ich hab' auch das eine. Europa Universalis... Europa Universalis... Star Wars gespielt, sogar gemacht? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, dass ich halt von denen kenne. Europa Universalis spiel ich ja... Crusader Kings 2... Dann die ganzen Heart of Iron Titel... Wie kann ich rasten jetzt? Was ist das jetzt hier? Rasten drücken, ja. Wo du noch drei hast oder zwei. Dann drückst du einfach drauf und dann sagst du ja rasten. Dann kommt eine Animation, die kannst du aber mit links gegen die andere. Animation. Mein Kaffee ist schon wieder leer, gell? Ich hab' schon überlegt, mit der Kaffeemaschine hier runterzuholen. Dann stell dich mal vor, nach einem Stream hast du so Kaffee. Oder hast du gesagt... Inventar. Bist du auf I, oder? Ja. Hier nicht mehr. Bist du so gut. Inventar. Wo seh' ich mein Inventar? Hier wahrscheinlich, gell? Nein. Nee, das Inventar ist da rechts von den Charakteren und das Hauptinventar ist auf der Lootbox. So, wenn du es drauf drücken, dann öffnet sich zwei. Das kannst du verschieben. Und dann kannst du... Das ist das meiste, was ich meine. Du hast ewig viel Platz für dein Inventar. Okay. Den ganzen Scheiß aus dem... Du hast so viele Helme und keine ausgerüstet. Ja, weil sie nichts bringen, wenn du drüber fährst. Das ist keine Eigenschaft. Sieh einfach nur Scheiße aus. Kopf. 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 Er hat Macht 1. Ja gut. Das ist jetzt der erste Helm, der eine Eigenschaft hat. Den hat sie ja ausgerüstet. Macht ist aber für Zauberer wichtig. Für Zauberer? Mhm. Warum? Macht? Zauberer? Magie? Kannst du ja in deinem super tollen Dings lesen. Hast du das nicht außen? Macht repräsentiert die körperliche und geistigen Stärken des Charakters. Seine Ruhe, Gewalt sowie seine Fähigkeit, mächtige Magie zu organisieren. Alles klar. Geste? Also, Hockisch ist... Für den du es einfach in deinem... Nein! Wem willst du es denn aufziehen? Der Magier. Ja, dann gehst du halt auf seinen Metall... Also, auf seinen... Achso, und dann hier. Jetzt kannst du es da reinziehen. Mir sieht mega scheiße aus. Wow. Voll behässlern. Ja, den ganzen Scheiß zieht es runter in die Kiste. Einfach rein, track and drop in die Kiste. Auch wenn sie... Ja, einfach packen liegen im Maustaus und reinziehen. Ne, unten in die Kiste. Einfach über die Kiste fahren. Ich will grad gucken, was die Sachen können. Achso. Ja, dann musst du einfach nur Tudorf fahren. Plus 3, 2 Hände. Ich bin jetzt langsam auf der Schub. Die 24. Nope. Nope. Kriegsbogen. Die Armbrust macht zwar mehr Damage, aber das ist... Na, na. Da, 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 da. Hat man die Kiste? Das ist ja cool. Also gibt's denn eigentlich hallofgaming.com wegen denen Wenn ich mir immer überlegen, hab ich fünf verschiedene Namen für jeden Channel, ey 13 bis 18 Schmetter hatte ich im Nahkampf So haben die vier Waffen eigentlich deine Hauptcharakter 14 bis 20 Du hast viel bessere Waffen dabei teilweise im Inventar Ja natürlich, weil ich den ja auch nach vorne schicke, deswegen guck ich, dass die Nahkampfwaffen besser sind. Macht Sinn, oder? Nein, ich meinte Ich dachte, ich hätte besser gesehen, wo du Ach so, meinst du? Weil rumfliegen hast, du nicht raus Aber das dauert ja ewig, kannst du irgendwie STRG drücken und alles rein switchen? Nein Normalerweise kannst du beim Looten ausblenden, dass es direkt ins Versteck packt Und weiter Was? Kein Umhang? Hat mir hier noch kein Umhang? Ja, ne Der hat einen Umhänge ausgetauscht über das Tauben Aber dafür hat sie halt die Kette Deswegen kannst du sie nicht ganz So, okay, okay Was macht die Kette eigentlich? Hat die Fähigkeit? Mal gucken, weil die Kette macht die Eigenschaft maximal einen Ausdauerbonus Gehst du? Wurzelte doch kurz, frag mal, kurz, frag mal, kurz, frag mal, kurz, frag mal, kurz, frag mal. Hab ich's drin? Lululu, wir marschieren weiter. Bist du eigentlich auch in Instagram? Ja. Soll ich dich drauf markieren? Äh, warum komm ich denn nicht weiter? Ach, weil die Brücke kaputt ist. Shit. Der Ort konnte nicht gefunden werden. Die Brücke ist kaputt, wie kommt man jetzt weiter? Ja, indem du erstmal dahinter gehst, und dann da runterlaufen, oder was? Zum Beispiel. Geh halt mal dahin, da warst du ja noch nicht. Einen Tag und vier Stunden. Ja, aber ich weiß gar nicht, was das alles bringt. Gibt's irgendwie was? Wie vom Meter? Weiß nicht, gibt's da Missionen, die zeitbedingt sind? Kann ja sein, dass wir sagen, okay, in so und so viele Tagen, dass umso mehr du halt reist um so ein Fetz. Was ist denn los, oder? Lol. Lol? Lolololololololololol? Du bist denn durchgelandet. Ist cool, questlog? Ja. Nein, äh, unten bist du ja auch zur Not. Nein. Nein, unten. Zug mal drüber über die Taste. Ich will aber die Tasten dafür haben. Ja, dann geh doch drüber, mit der Maus, sonst siehst du es doch. Wo denn? Ah, rechts. Nee, beim Kopf. Da fährst du drüber. Wahkebucht. Teapoties Fröhnische Summen Hier wird nicht gesungen Ist der hässlich Wir haben noch gar kein Ding Ist nur ein Instagram-Account Gleich schläbe dem Weg nach Karl Dur steht eine imposante Gestalt ein großer, untersetzter Aumaua. Was sind das für abgefuckte Namen? Aumaua, wie eine abgenutzten Rüstung, der die Außenmauer der Burg hinaufspäht. Er hat ein kleines Stück Holzkohle in der Hand. Wie ist das denn, kann ich sogar Pema? Na, jetzt kann man muss jetzt eine Farbenturkappe davon. Halt immer wieder nachschauen. Was machst du denn da drüben? Das moderne Mauer, ich muss aufs Leser. Der Mann blickt zu dir rüber und geht nicht vor. Ja, ja, ja. Ich hab keine Lust. Ich hab keine Lust. Okay. Okay. Dann betreibe ich meine Polizei. Ich bin schon zweimal umgeguckt, nur auf welcher Punkt. Und hier, das Ding, auf die ich dachte. Huch! Ist das auch ein Deutsch? Ne. Jetzt reden die zum Beispiel wieder. Ja, ja, das machen wir mal. Ich weiß gar nicht, was eigentlich dieses Buch zu tun hat. Also mein Freund, warum bist du hier? Es geht dann eben. Was steht da? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Boah, weil wir alle diese Schlaceien haben. Jetzt wissen. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich. Also weiß gar nicht mehr. Und wo wir wissen nochmal, ich weiß gar nicht mehr. Speaking of that, I ought to warn you first. Andres Teeth I nearly forgot. I have at times been followed. I say believe. But I've been told as much by one of my would-be assassins. I'm glad you're not discouraged. Come then. Oh, ein Begleiter. Cool. Echt? Ja. Was ist denn das für ein hässlicher Codes? Kann der was? Keine Ahnung. Was ist denn der? Was ist denn das? Eine Knarre. Was ist oben drüber? Eine arke Wuse, eine Knarre. Nein, 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 nein. Was ist das? Keine Ahnung. Ist das ein Bug oder was? Was ist das? Hä? Was ist das? Keine Ahnung. Ist das nur bei ihm. Hat das was mit der Waffe zu tun wegen Lasten? Ach, äh, Marsch der Kamoa. Was heißt das? Das ist ein Bader. Der kann auch so singen, Mucke machen und so. Ah, ja, ja, ja. Wie Bart's Tale? Hm. Äh, Bart's alle erstmal speichern. Ach Bart's? Den wollte ich mal weiterspielen. Habe ich auf der U-ja. Mhm. Die U-ja, das ausgestorbene Relikt. Wie konnte man nochmal kriechen, schleichen, was soll man das machen? Indem du auf das Zeichen dafür klickst und blinkst. Komm mal hier rein? Ja, nein. Ach, ich schwinde nicht so. Normalerweise öffnet sich alles. Mit der Roten, wenn du nicht kannst. Okay, dann laufe ich mal außen rum. Wenn er sagt, einmal durch das Tor und es ist nichts geworden. Ja, wenn du ins Tor reinklickst, dann... Ah. Sure. Keine Ahnung, ich glaube du musst da durch... Ne, aber da außen rum. Immer mal alles erkunden, man kann nie wissen. Ja, ja, jetzt kommen erst mal unsere Gespräche. Ich hab's mal gesprochen. Wieso? Aha! Na? Kannst ja nicht, ne? Warum kann ich hier nicht rein? Weiß ich nicht. Du meinst, sollst nicht mit dem Türsymbol kommen, wenn... Du meinst, kommt da ein Türsymbol, wenn du rein kannst. Oh, wow. Echt jetzt? Ach, das Spiel gehört? Ne, ne, das bin ich auf dem Tassenblick die ganze Zeit. Ne, 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 ich mein, weil du keine Türen... Weil die zugewuchert ist. Ne, ich mein, da unten sitzt du Tor. Und du sagst du es Tor? Hätte ich das Tor da gemeint? Ja, ja, aber da sollte doch eigentlich das Icon auftauchen müssen. Komm, so dat, 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 dat. Aber wie sieht denn der aus? Wow, der ist so groß. Dann solltest du vielleicht auch eine Naka schicken, ich weiß es nicht. Ich überlege grad, ich hab doch... Wenn du unten die Figuren verschiebst, so zeigt das dir... Also, so werden die dann auch aufgeschlüsselt, ne? Wenn er ganz links ist, ist er ganz vorne, und so weiter. Hab ich hier so ein Gruppenquest? Äh, Gruppen, hier unten links, unterm Shared, kannst du die Formatierungen sehen. Ich würde mir die einzelnen Charaktere angucken. Ach so, ja, dann gehst du einfach auf C. Und dann gehst du dich durch. Okay. Ein Sänger, das ist ein Sänger. Ah, wie ich schon gedacht hab. Insel Amour, Rauterei, Gelärter. Okay, Werfgewicht, Wahr, Unterbrechung, Intelligenz. Fernkämpfer. Was ist das? Noch ein Fernkämpfer. Wieso? Weil der nur eine Karre dabei hat. Der ist irgendwie auf Fernkampf-Scheiße aus. Besser so. Wir haben nur zwei Nahkämpfer. Der Rest ist Fernkampf und ein Pillomagier. Pillomagier. Und der eine ist auch noch ein Paladin. Lass mein Paladin! Sure. Kannst vielleicht einfach weiterklicken, weißt du? Äh... Wie damals! Bitte, wat? Wat? Wat will er? Hau ihn um! Wart mal. Schatten. Verteidigung. 48, 35. Hau ihn um! Feuerzauber. Oh! Oh! Jetzt kann er nämlich, äh... Steigert Bewegungsrate und dann ist das Verbündete Bereich. Okay, was ist das? Oh, der kann Lieder singen. Ja, dann mach. Gib jetzt mal aus. Sing mir ein Lied! Warte aber schon, ist oben ausgewählt. Oh! Ah, das sind sowas wie die Passive-Effekte dann von dem oder was? Ja, ja. Okay, dann nimm deine Knar... Knarre! Ja, schick mal die Fernkämpfer drauf an. Der kommt dann eh zu dir gefordert. Ja. Schieß auf ihn. Schieß auf ihn. Ja. Setz mir dem Zauberer noch einen Feuerzauber ein. Verdammel. Weißt du? Ja. Eins. 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 Und dann den rechten. Der ist gut, ja. Oh, den rein. Der müsste von der Reichweite aufpassen. Ja. Und jetzt, äh, außer auf ihn. Oh! Tja, das war mir so klar, dass da nur einer kommt von den Gays. Ja, aber der ist ja fast dumm. Aber der hab ich gut Damage gemacht. Okay. So, jetzt kommt aber der hier. Und du machst erstmal... Wo steht denn der eigentlich? Ja. Äh, du haust mal den hier um. Bevor der noch irgendwie Klankereien rennt. Yes. Du verteilst ein paar Kugeln auf den. Mhm. Ich hab auch ein paar Kugeln mit. Unser Magier hält auch auf den hier ein bisschen drauf. So, und du, du mein Freund. Da ist jetzt einer in der Familie. Cool. Mach's den hier. Oh, du warst gelassen. Tag, Alter. So läuft das ganz oft. Da kommt ja noch was! Ja, das ist die eigentliche Mission wahrscheinlich. Pass auf, der macht nen Feuer, der macht nen Elektrosperl. Ach, das ist so eine Lieder, die er abspielt. Ach soooo. Guck mal. Da links. Ja, das ist gut. Mach das doch nicht nachher an. Und die ganze Welt stimmt irgendwo. Dem Todener Schatten. Dann schießt ihr schonmal alle aus den da hinten. Ja, aber vergesst das mit dem Schatten nicht, ne? Die Schatten, die sind fast tot. Der ist so viel Held, der da hinten gar nicht. Au. Schau dir mal schön blatt, der ist. Ach so, diese Willow-Geister, ne? Die können deinen Spieler kurzzeitig den Feind machen. Ja, du pass auf. Also einen da auf seinem Team. Pass mir da auf. Okay. Ich verstehe ihn, wenn er es macht. Ist das dein Wader oder wer das ist? Nein, das ist mein Wader. Aber greife nicht an. Nicht an. Das ist mir schon bewusst. Echt? Was ist das denn? Schatten. Das war Magia. Blattens, wie? Hau den um so schnell wie es geht. Sollte es mit dem Arkan-Angriff wechseln. Mach ein Feuer, mach ein Frank. Das war ein eigener Mann im Weg. Nee, das sind die Kugeln, die... Das ist ein Fernkampf. Der trifft direkt ohne durch den Leut durch. Den mein ich genau. Yes. Wo schießt er auf den? Genau. On your word. Wo schießt er auf den? Macht er eh. Oder? Nee. Nochmal. Lass mal laufen. Du musst ja Ewigkeit nachladen. Das Ding ist weg. Und jetzt hast du nur noch den einen Geist. Den kannst du jetzt auch noch finden. Ich muss ja ewig nachladen. Für einen Fernkampf. Da kriegst du das. So funktioniert das. So funktioniert das. Nehmeh. Geisterrest. Keine Ahnung was du das bringst. Irgendein kleine Zeug. Und breche ab. Weißt du? So. Jetzt singt beim Anblick ihrer Kameraden. Er kriegt es nicht. Ah. Ich schau dich. Ah. Süß. Wie eine Pude wo keiner reinlaufen kann. Ja. Oh oh. Wie eine Pude. Was hab ich da so nah ran gesunken? Ah. Alle drauf. Alle drauf. Ah so. Der fängt immer an zu singen. Ich glaub das ist der wo singt. Nein. Oh mein Gott. Ah. Wie will ich singen? Der ist ja auf der Bade. Ja ja. Halle drauf. Ja das ist einfach so. Ja das ist langweil. Normalerweise. Wenn sie alle drauf ja. Der braucht ja langsam nachladen. Ja das legen wir nicht. Der braucht ja der Knarre voll langsam machen. Ja dafür haut es auch rein. Wenn du es wohnst. Und dann schlägen. Deaktiviert glaube der wird heute. Da kannst du gucken. Und fahr ruhig mit dem Cursor über so kleine Zeug. Weil wie gesagt. Versteckt. Die siehst du so nicht? Ja. Kein. Pussy. Äh. RPG. Wo alles angezeigt wird. Das ist ein Lootzeug. Man kann ruhig über die Kisten und so drüber fahren. Mit dem Cursor. Naja da haben wir schon noch. Naja nicht da. Da liegen uns auch. Wenn das Zeug was rumdenkt. Manches ist tatsächlich angekommen. Müsst du mal näher sein. Dann sei das zum Teil da was zum da. Das ist ne. Du musst mal gucken. Manchmal sind Fässer. Die siehst du halt so nicht. Die werden nicht angezeigt. Musst du wirklich drüber fahren. Zum Teil sind es einfach nur Backsteine die markiert sind. in den gesteckten Soundstick. Unklevers. Sieht schon so beschissen aus hier. Drecksack. So du machst mal. Ist das der Typ der was sagt? Echt? Ja das ist der wo ich immer anfängt zu singen dann. Weil die sagen scheiße von denen geht auch nur. Ja das setzt mal nicht so viele Splatze an. Wie gesagt dass du begrenzt. Dann kannst du nur zweimal rast. Oh ja stimmt. Dann kannst du nicht abbrechen. Lass laufen. Lass laufen. Ist ok. Mal rein. Mal rein. Oh wow. Wirklich? Der Geistesblatt oder? Passen wir auf die auf. Die sonst schlimmsten Kräger haben. Und welche? Keine Ahnung. Hab ich noch nie gehabt. Die Pantom. Dann locken wir den. Dass man unverkaut auf irgendeine Idee gehen kann. Ja. Irgendwiss mit dem. Und vergesst nicht links. Deins Kellner reinzusetzen den der hat. Diesen Kreis. Oh ne. Und wenn der im Nahkampf ist. Dann macht es den Teil der einen kranken. Oh. Ich schieß. Geh auf diesen Zauber Spacko. Na geh erst auf den Wissertödel. Weil wie gesagt. Der tut deine Leute umwandeln. Ja. Ja siehste schon fein. Ja. Voll gay. Aber ich krieg mir. Hast du das? Tja. So genau. Mhm. Ne das ist ein Passivskill. Du musst nur einmal einsetzen. Dann macht das schon. Du musst erst wirken und dann. Hä? Ja. Ja noch den. Da ist dann noch ein bisschen Pummelung. Vergessen seine Schränke ein paar Aufgaben zu verfallen. Ich denke man die kann auch bei Feuerzauber wirken mit ihrem. Was hast du denn doch abgelenkt zu dem? Da ist das Blatt toll. Aber das ist ja nicht die stärksten. Da ist ein Blatt. Das ist nur noch hinten gefordert. Was? Nein der ist weg hier. Echt? Oh der hat sich gefordert. Ah der ist aber gleich tot. Lass den rechts auf den rechts knippen würde ich sagen. Naja. So. Hier steht das Schwester. Die kann aber auch mit dem blauen Zauber festhalten. Warte mal geh mal rüber. Äh mit dem roten meine ich. Hä? Ne das macht er automatisch. Das ist Waffensmod 1. Das ist... Teule und still. Drei? Oh der hat drei. Waffensmod 2. Halt und durch. 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 Hier hat Grubber passiert alter. Ja weil der eben zum bösen geworden ist. Ja. Dadür hat der den angegriffen was? Jaja. Scheiße. Heel dried Instagram angegriffen dass er uns angreifen. Hmhm. Die ist的。 Ja ja ja. Da ist's und geh... Das ist's.... Nein 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 nein. Das war ja schon vorher. N JEFF slowskt nichts mehr demasiado! GLE Erarf! ... Ja, den hast du schon angeklickt. Das muss man auch auf den Gegner zielen. Muss man das noch machen, das ist ja für der Scheißteil. Ja, ja. Ja, du kannst aber so gucken, dass man den nicht erwischt. Also nur den Zauberer, dieses Geißscheiß. Das ist ja noch Zeit für den vorlieg. So, was kann man machen? Du weißt, dass der Link auf der Seite von unten los ist. So. Das ist der Schild, Mann. Mein Tank. Das ist aber immer noch feindlich. Du kannst aber Ausdauer wieder regenerieren mit der Ollen, ne? Der hat ihren Standardklassenzauber. Unten rechts, der letzte unten rechts, ja. Aber der muss halt in der Nähe sein. Dann regeneriert sie ein Stück weit. Deiner verbundeten, mit der Ausdauer, ja. Und dann ziehe ich sie sofort wieder raus, weil die kassiert, wenn die abkassiert, dann ist das nicht ordentlich. Ahaha, guck mal, wer da ist. Oh. Ja, lass ihn erst mal den Trick. Ja, jetzt. Pass auf. Das ist böse. Scheiße. Ich habe nur noch die hier. Nur noch der? Nein, im Brauch. Denk dran, grünes Leben, das wurde Ausdauer und Ausdauer fällt dann noch hin. Da kommt dann aber wieder hoch. Ja, ich habe ja noch einen schluck kalter Kaffee. Alter, ich bin so im Händeschwitzen, gell? Und, du findest die Maus? Mausens schläft? Ja. Ich sehe doch nichts. Ich meine, ich habe auch noch nicht. Ich habe wieder einmal einen Quäftsack. Hast du gespeichert? Ja, also schon. Wie gesagt, es ist wohl das Wichtigste in dem ganzen Spiel. Es ist richtig mäßig gespeichert. Wenn du es sneakst, dann, äh, ich glaube, da kannst du rein. Ja. Vielleicht kannst du da rasten. Komm rein. Oh Gott. Kann sein, dass bei... Kann ich hier rasten. Weiß ich nicht, geh halt mal rein. Wenn nicht, gehst du raus. Wieder. An der Stelle würde ich sneaken, weil dann tust du mehr drauf. So ein bisschen, äh, wie gesagt, das kann... Ja, das ist ja doch was. Silence surrounds me. Ja, also das ist, wenn du läufst, dann finden die zum Beispiel selber das Zeichen. Wenn du jetzt markiert, oder normalerweise ist es halt nicht markiert. Also, wie gesagt, das kann ein kleiner Stein sein, der vom Boden her vorkommt. Sehen Sie dann auch den Gegner später? Ja, ja, genau. Ja, da schon. Oh, da fühlt sich wieder runter. Hä? Ich kann doch nicht so raus mehr, weil das alles gut funktioniert. Da unten geht's weiter. Jetzt klickst du so auf. Ich bin das gewohnt, das allen mögen zu spielen. Ich spiele immer mit der Maus herumzufadern die ganze Zeit. Warum? Dann haben wir uns... Es ist ja nicht so angeboten, dass Loll auf Sandkräfte... Wenn du rechts gedrückt hast, kannst du auch die Anordnung machen. Ich fahr über jedes Buch drüber. Ich fahr über jeden Scheiß drüber. Wie gesagt, das kann zum Teil echt alles klickbar sein. Weil die Brickzusorgenmaße nicht angezeigt hat. Ja gut, jetzt müsste es immer sein. Das ist die Kippe, ey. Das ist bestimmt irgendwo eine Falle, wo du das durch eine Haarspanne Leben probierst. Du kannst auch über Bücher fahren, ne? Ja, wird zum Anfang gesagt worden. Ja, ich bin ja fettig irgendwie. Das war doch schon die ganze Hütte, oder? Ja, ich glaube, ja. Nö. Kannst du nicht hoch, ne? Nein. Nein. Ich denke, wie ich nur halber zu sehen, du Ochse. Ich bin das, nein. Weil ich mich immer vorbeug. Scheiß Knatschestuhl! Hure. Ja, ich spree mal denn schon, muss ich hinten angezeigt. Eine, eine halbe Stunde. Wuhu! Fahr mal über die Kiste da oben. War ich schon. Ja. Lululu! Oh, hör auf mit der traurten Klickerei, ey. Geh auf die Eier. Den Leuten im Stream wahrscheinlich auch. Ich bin es so gewohnt. Da lenkt gerade das Mikrofon. Ja, wer das Teams guckt, kennt sowas von allen. An anderen Münchenspiele. Ja, vielleicht bei LOL oder so. Nein, nein, nein. Ich mach mal noch Spielengebens ist das. Mal gucken. Jetzt nebst du immer noch? Ja, auf das Ding, doch, oh Mann. Ich bin immer der Sneaky, ja. Sneaky, ja. Da war ich doch auch schon. Ja, war ich auch schon. Ja, geh jetzt mal nach rechts. Jetzt war mal auch schon. Da, rechts. Ja, da ist noch viel Zeug. Das Ding hab ich schon nicht gesetzt. Doch, da waren wir schon. Das werde ich da nicht auch weitergehen. Guck mal, das ist noch alles schwarz. Die runter können kommen. Ah! Ich soll das vielleicht zwischendurch lassen. Das ist ja kaum ein Zeug, ne? Attacken, meinst du? Ja. Hm. 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 Hi. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Oh, jagst ja alle einfach auf. Fragst dich an, ne? Ewig gepackt mit Scheiße. Ja, das spielt man da. Ja, spielt man das. Ich weiß nicht, sowas wird es noch mal immer stirbt. Oh, lol. Lol, 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 lol. Deswegen hättest alle immer nach und nach auf die Gegend. Und dann passt das. Phantom wandelt zum Glück deine Leute mit uns. Ich glaube, warte. Warte? Brauen die Fernkämpfer lang. Muss man jetzt weiter nachkommen. Ach, hast du gerade noch hier? Hey. Was ist das? Was ist das? Ach, der macht seine Leute K.O. Oh, ach so. Oh, ach so. Exakt. Na, ohne Scheiß. Wer liest denn da unten den Lock? Ich? Ernsthaft? Bei The Witcher haben wir das gemacht, nicht weiter. Ich liest es da noch manchmal. Einfach nur um zu wissen, wie die ganzen Werte sind. Aber das ist ja eh irrelevant, weil das ja nicht meinen eigenen Charakter sind. Ja, weil ich die ja nicht so leveln, wie ich sie leveln würde und nach und zu. Oh, lass ich dir gucken. Ja, oh. Oh. Kommt ihr auf dem Spiel? Lohnts euch? Ja. Nach der Prüfung. Lieb verrückt. Ich bin er selber die Pisten fahren. Ja, ich mach das schon. Keine Angst. Ich stelle es ja nicht. Das ist wahrscheinlich alle Item, die liegen. Ich stelle es. Äh, passt trotzdem. Das war's, weiß ich mir nicht. Ich muss mich gerne haben. Mal sehen, dass man weiß, wie du noch hast. Oh, es ist da. Oh, geringe Flammenfäule. Aber wie willst du mir noch gar nix? Ja, dann voll drauf will ich. Wenn du nur angreifst, kannst du ja so draufklicken. Dann kannst du alle erstmal so draufklicken. Das ist immer noch der Fall. Du möchtest erst mal da draufgehen, dann siehst du, ob noch ein paar auftauchen. Wir haben bestimmt nur ein paar, wenn der könnte auch drauf machen. Echt. Den Feuerzauber würde ich da gar nicht einsetzen, weil... Nee, der wird nicht. Wir schauen. Ich geh mal drüber über die Gegend, weil es dir einen Schaden nimmt. Mit so einer Ankerswelle. Ah, es ist gleich tot. Sehr gut. Die fallen noch gar nicht so viel aus. Sie sehen getrallig aus, wie sie sind, ne? Dort, dort. Sure. Ja, muss man nur so. Ah. Wenn du links auf die Handrücks nimmst, das ist ja automatisch, ne? Oh Gott, das Gelaber auf die Eier geben jetzt jedes Mal. Kann man den Stummschalten? Das scheiß Viecher rüber. Ja, alles gut. Da hab ich da von alle auf einmal draufklügeln. Weicherst du? Ah, für später noch, ne? Das ist ja eben... Ich geh mal rein und da. Ach so, das ist ein Geist. Total kleine. Hast du den? Das ist ne Witz, das war vorhin hier oben, weich? Und da ist das nix... Kannst doch mal den Geist anklicken. Junu! Junu! Der macht verdammt viel damage, der Typ, gell? Ja, das braucht er doch. Das ist ewig. Zuhören. Haha, jetzt trefft er dich an. So, was hab ich gemacht. Nee, der hat nur noch mehr gegriffen, weil er mir immer etwas sagen wollte. Ja, jetzt hab ich noch. Geist doch mal. Ich hab noch zugehört, das war der Witz. Nee, du hast noch was denn gedrückt. Ah ja, aber ich weiß, guck mal, ich muss ja noch mal lesen. Ich weiß auch mal, was es geht. Nee. Die wurden angegriffen... Die wurden angegriffen... Speicherabung, geh rein. Die wurden angegriffen von einem Ritter und von uns. Die Soldaten sind nicht zuhause, betrunken sie uns nichts. Jetzt komm, geh. Lauf unser Torfabtrennung und Nahabland sind's alle abgefackelt. Fuck jetzt. Der alte Wester. Alles klar. Alles klar. Entgelt? Oh nein. Die schleichen uns ja einfach mal. Warum? Die Gegner scheißen. Ich geb dir Rollspiel an, dass ich mit sie gegnerisch entdeck. 10 ORGceptjekter. Ich bin�던s Regen nicht hin. 10,2,1. Der erste Worf ist jetzt hier. Der Auchbericht... T Rabbie shirtt jetzt von einem Regen. Soll ich was trinken? Eine Zockerlimonade? Ja. Es gibt aber nur Holunder. Okay. Rauch, bist du okay? Ja, passt. Ich kann mich mal hier abmelden. Dann hat er wieder noch mitgebracht. Ah, du hast zwei gefällt mir und haben dafür gekriegt. Die Leute und die Dinge irgendwie nicht, oder? Jetzt musst du mal abgewählt. Kein Schmuddelkram, mach mit deinem Account. Ich freue mich doch jetzt nachher. Wenn ich nie tun, wenn ich nie tun! Ich freue mich. Ich freue mich auch nicht. So, weiter geht's. Du Scheißmeister, ich habe keinen Bock. Nein! Es ist nicht so gut. Es ist nicht so gut. Oh! 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 Und? 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 Schickt auf den Maul? Na le. Warum hat mich noch kassiert? Wie hat das aus... ja? Du hast dich gegen die angelegt? Also ich musste, ich bin reingelaufen und hab mich nicht direkt gesehen. Ich hab nicht gesneakt, ne? Ich bin gesneakt. Es war deinem voll egal. Ok. Den... Was ist denn du? Warum nicht? Dein Magier ist gut. Ja. Das sind nicht diese Überteuerten. Oh. Augen gewesen, ja? Sind sie lecker. Boah, wie sieht der nicht aus, willst du mich verarschen? Alter, sind die Fischer grad heftig, gell? Echt? Ja. Die waren vorher nicht so krass, haben wir das Gefühl. Die sind viele. Sie, sie. Oh? Fantome? Ja. Deshalb mal hat er... Ja, mach mal. Ist gut Ich muss mich wieder anmelden. Na doch. Uff, der kriegt gleich wieder aufs Mauer, was ich ihm gerade gegeben habe. Unglaublich. Naja. Was ich nur erwartet. Yes. Yes. Hm. So, ich muss einmal da. Was hat geklappt? Was willst du denn? Wir hast ja gar nicht einkassiert. Nee, es geht, aber es kam so überraschend. Ey, kann man dich irgendwie heilen? Ja, den du rastest. Es geht nur mit rasten? Ja. Okay. Es gibt zwar Tränke, aber bis du die findest. Kann ich weiter laufen oder rasten? Kann ich mal speichern? Okay. Kann ich mal weiterlaufen. Ich nutze meine zu, dass es wohl wieder ist. Ah, egal, aber. Rai. Ah. Keep it in ayer. Hm, hm, hm. Das kann ich nicht erscheinen, ey. Eigentlich. Am Ende der Herrenhalle spürst du eine einladende Wärme, die einer aus der Mauer verdirbt. Okay. Okay. Another watcher in Kadnuwa. Glowing very brightly indeed to these eyes. What strange happenstance. I'm sorry if I startled you. I'm afraid my manners have been slipping. I haven't had much opportunity for introductions lately. In any case. I assume you're here looking for Marewald. I can feel his presence faintly somewhere deeper inside the keep. But he uses his gifts to confound me. And my senses are dulled while he does so. I only wish I could know his mind. Ja, super. Ähm, hast du das angefangen? Imprisoned. At times it feels that way, I suppose. But it's more that I reside here. The throne was brought up from the... He was a great man. He came here one day young with long hair and polished armor. And he banished the dark things that had come to lurk in this place after centuries of neglect. He could see the beauty. But take care in your search. Hey! Mach'n speichern weiter, gell. Guck mal einen an. Will ich noch irgendwas machen? Nein, 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 nein. Mach'n speichern. Leider geht's! Oh, 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 oh! There's my little soldier. Aha. Ach'n binär. Been out playing soldier again, have we? Go wash up and come help me shuck these peas. Mutter, sie wendet sich lange genug in meinem Gehör. Nichts sagen? Soldaten sind wichtige Leute. Sie schützen die Wege. Und schützen die Wege. Sie sind zu jung, um es zu verstehen. Aber es gibt viele Wege. Menschen wie der Mann, der deinen Vater murdert. Äh, Vater passiert ist. Hm, aha. Ich hab mich auch gemacht. Macht das Mutter. Was? Was, 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 was hat sie gesagt? Ähm. Sohn. Die glaubt, ich bin ihr Sohn. Und der Vater ist gestorben im Krieg und blablabla. Aber der Streppel ist gestorben. Irgendwer hat den umgebracht. Ich sag doch, der Questlog wird durchschließen hier. Super! Du spielst ja unter meinem Account. Oh Gott. Ähm. Ja, ich find's aber krass. Wie kann's dann einfach, dass die Box dazu rüberschreien? Weil das ballert ja schon rein. Weil das ist ein geiles Mikrofon, ne? Okay. Weil ich einfach pro nütz bin. Pro nütz bin. Pro nütz bin. Pro nütz. Äh, ja, weiter geht's, meine Freunde. Geht doch. Schwere Rüstung bietet mehr Schutz. Verarsch mich nicht. Ich dachte immer, das wär erstmal wieder Sneaky Mode. Wui! Aha. Ja. Da ist einer. Elfenbein Jungspinne, super! Ja. Schade, da ist doch noch was. Mehrere Spinnen, ja. Und erst immer noch oben, weil es die steuer ist. Ja. Elfenbein. Keine Jungspinne. Kann man irgendwie einzelne Charaktere auswählen? Stattdessen alle gleichzeitig sind. So übrigens. Mehrere? Ja, indem du erst der G drückst und dann auch noch anklickst, den du willst. Dich, Dich und Dich. Schade, Dich. Schade, Dich. Schade, Dich. Schade, Dich. Schade, Dich. Schade, Dich. Piu, Piu, Piu! Puts. Oh, 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 oh! Das war so nicht geplant. Oh nein. Ich bin von einer Firma gefolgt namens Matric Mines. Ja? 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 Wolltest du ein bisschen auf dir, oder? Noch der Kamerad? Süß! Ich komme immer noch ab Rischlitz in Facebook, glaubst du? Jetzt! Hau drauf! Trotz die Alte weg! Äh... Gibt die noch? Oh Gott, ja... Ja? Wie kann ich das? Hm? Nicht nur, wenn der Erste rum ist. In allen Ländern, ne. Gott, sind es viele Spinnen! Feuer! Ja! Ah! Ja, nicht, wenn alle Mann davor stehen! Dann muss er halt mit dem außen hinlaufen! Oh Gott! Oh Gott! Boah, hat jetzt jeder entdeckt, dass man auf Google Maps Pac-Man spielen kann! Ich fand's voll geil gestern! Einfach in Mannheim als das Viereck auf den Kreis gelaufen! Ähm... Warte, machen wir mal sooo... Im Klick! Oh, ernsthaft! Äh... Facebook überwacht auch Nicht-Mitglieder! Ja, Frauen, ne? Bring die doch mal um da drüben! Fertig entdeckt! Wer? Ja, da links! Im Pussy, ich bin! Es ist lustig, links 30 Sekunden vorhin zu sehen, was da passiert! Hm? Hm? Äh... Wie kann ich helfen? Oh... Ah, 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 ah! Jetzt brauche ich stetiger! Ernsthaft jetzt! Was denn? Entscheidend soll tatsächlich mit dem iPhone... äh... Also, dasselbe iPhone mit weniger Leistung und... Yes? ...lastige Häuser! Hoffen wir mal, dass es ganz... ...dass es nur noch frisch ist! Ja... Hm? Warum? Herrgott! Wär so ne fette Spinne! Ja! Wie gesagt, Feuer hilft ganz effektiv gegen... Ich hab grad schon Feuer eingesessen und dann hat's mal meine... ...den Typ wieder fast zerlegt! Ach so! Aber der macht immer noch die Feuerattacke! Naja... Oh... Äh, machen wir jetzt mal den hier, ne? Oh, du... Könntest eigentlich mal... Jetzt fangen die auch an mit Abgeschäftnissen in Amerika! Jetzt ist das letzte April, oder was? Nee, aber je nachdem wann sie da sind, äh... ... jetzt erst Mittag! Was meinst du? Oh wow, er ist gestorben! Puh! Wer? Dein Typ ist gleich tot! Weil rot ist das Leben zu zeige, ne? Ja! Lass mich mal drauf, das ist ja mein Umfeld! So, dann ist er weg! Ach so, wenn die sterben sind wir immer tot? Ja! Ohoho! Wenn er tot ist, ist er tot! Das ist wirklich interessant! Also ich musste schon mal laden, weil meine Auditor... ... deswegen würde ich gerade eine versetzte Rasten anzusetzen... Ähm... ... mit der Decke! Waaah... Waaah ... Wie, Mr. Waaah! Kann ich hier campieren? In trips gehen dann raus, vielleicht kannst du... ... wir haben im ganzen Geffekt nicht campieren was richtig packe wär... Waaah! Ach Gott! Ich hab schon ein Feuer schon. Haben sie jetzt? Ja, ja. Du weißt, du kannst jetzt nie wieder campieren, bis du dir ein neues Kampierzeug gekauft hast oder gefunden hast, ne? Okay. Das ist auch geil, da gucken Leute zu, wie du zockst und gleichzeitig mit dem Handy rumtippt. Das ist mir so egal. Wie in der Kneipe. Locken sie damit dein Handy? Ne, ich nicht. Du nicht? Erstens hab ich den Pub nie empfangen. Doch, jetzt, seit sie LTE umgestellt haben, in Schwärzen geht's schon. Sepp spielt heute Musik. Macht heute Livemusik. Ja? Ja. Ja. Kennst du denn, Sepp, überhaupt fest? Wie geht's denn da unten, ne? Bestimmt Zeitenausgaben. Lauf mal rein. Machst du gespeichert, oder? Ja, ja, ja. Äh, erstmal speichern. Ja. Ja. Wie ich ausgeladen hab, war ein ewig freuchert. Ewigen freuchert. Kann ich meine Reise wahrscheinlich schon, oder? Ist meine Reise? Also ich sag, ich bin jetzt schön, wenn alle da reisen. Nee, dann musst du ja eine Rang von der Reise. Oh lol! Ja, und jetzt fahr mal mit dem Cursor schön alle Regale ab, weil die paar Räume zum Teil... Das sind so'n kleines Regalfrafzeug, wo wir loopen. Äh. Ist mir viel zu hektisch mit dem Cursor, Alter. Ich seh doch, wenn da irgendwas ist. Äh. Ich bin schon das... Oh, meine Fresse, euer Ernst! Machst du Blatt? Oder geh erst unten weiter. Oh, erst in den Keller. Ah, erst in den Keller. Ach, erst in den Keller. Da oben geht übrigens auch weiter, ne? Ja, rechts geht's auch noch mal rein. Lo, 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 lo! Oh, meine Ritter der Gerechtigkeit. Genau. Und BOOM! Tausend Gegner. Nein, klar. Geh mal hinten, aber nur mit einer Person, weil das bestimmt ne Falle. Oh, ne. Oh, da ist da richtig viel drin. Nämlich nichts. Geh mal unten in die Piste. Natürlich. Äh, schade. Ah, sicher. Aber die anderen Spinnen müssten jetzt schon tot sein, oder? Jaja, die wurden schon getötet. Du hast den Tod. Du hast eine neue Karte entdeckt. 50 EP. Ja, da unten. Der Bereich ist auch in einen neuen Bereich reingekommen. Du kriegst ja... Du kriegst ja... Wie beim WoW damals. Du hast einen neuen City-Bereich. ... das macht die Herbst. War alt jetzt die eigene Witter. Ist jetzt runter? Was musst du denn? Ich überleg gerade. Was hat denn die Formation ändern sollen? Mach doch. Weil ich manchmal den... Obwohl, jetzt bist du erfüllt, weil jetzt bist du gar nicht richtig. Boah, geht. Ich hab noch ein bisschen anders davor gestellt. Du kannst die Leute noch verschieben, so. Äh, wenn wir was anderes... Du kannst die da hinten rechts nehmen. Jawoll, Reihe! In Reihe und Glied! Mir geht's nur darum, dass es scheiße kann. Bei der Anzahl von Leuten... Rechts liegt zum Bearbeiten? Soll ich das mit der eigenen Formation erstellen? Ach, das da unten ist die eigene Formation. Ahhhh... Den Magier hätte ich nämlich... In der Mastkopf. Da hättest du auch Spaß. Ja, die Olle würde jetzt doch nicht rechts hin... Ich würde die Fernkämpfer komplett hinten lassen. Und die anderen zwei nach vorne nehmen. Sperrspitze. Das ist ein C. Problem ist nur... Ich hätte voll gern den hier. Irgendwo am Anfang weiter vorne. Weil? Das ist, wenn er seinen Flächenzauber machen kann, genau. Ja, das Problem ist, dass er sich nicht freiwillig nach hinten... Äh... Wie war's nicht da? Das ist einfach nur... Das ist einfach nur... Das ist einfach nur... Das ist einfach nur fertig. Die ganz rechts kannst du selber bloß anbauen. Ja, ja... Da kann man ja noch mal wie hier das... Das ist eigentlich gut bewertet bis jetzt. Mhm. Das ist ein Merker da unten, oder? Das ist ein Merker da unten, oder? Das ist ein Merker da unten, oder? Auch ruhig mal über die Wand, ne? Wollen wir da so rausgehen und Steine sind? Die gibt's zum Beispiel bei Knöpfen oder irgendwas. Ich sag's mal. Ich hab auch schon mal am zweiten Mal im Gebäude geredet und Sachen entdeckt, die ich noch nicht gesehen habe. So, ja? In dem Fall jetzt nicht, aber... Ja, so. So, ich weiß, da unten ist ne Spiele. Ich kann mich mal an meinem Kreuz weisen. Und da hab ich mir auch noch 5.000 Stück rausgerannt kommen. Von neu. Eigentlich du sagst du mal. Der Tecker geht hier nicht weiter? Ja. Nee, das gibt keine Ahnung weiter. Warte, hört die auf. Vielleicht war ja immer weiter noch ran. Entschuldigung. Und da waren wirklich nur die Spinnen drin. Meinst du? Ja. Wenn ich übrigens das Stück Holze gekoßen müssen, damit ich dann... Ja, cool. Ich glaube, bist du da immer drüber gehören? Ja. Zum Beispiel. Ja. Auf jeden Fall ist da noch was drin und da. Ja, und in den anderen zwei wahrscheinlich auch. Die Hände. Weich ja ab. Dann... RADAKKE! Du bräuchstest ne Assassin. Ne Assassin gibt's nicht. Es gibt ne Roach-Klasse. Ja, genau. Ja, dann kannst du da hinschleichen. Da zum zum erkunden wir nichts anderes. Du musst ja selber spielen. Ich bin daheim. Ich bin daheim. Ich hab ja Wege und nun Längerungen und dann... Was? Du spielst tatsächlich WoW? Das geht, das geht. Indy. Ja, aber immer noch. Was jeden Moment cool hat. Ja, halt. Da bin ich Bock kaputt. Und dann bin ich mit dem Oga so zwei Monate ab und euer der Kopf. Und dann hier noch die langen Schaltung, die Schwiedigschaltung. Okay, die ganzen Fernkämpfer, 1... Ich bin mal gespannt, wenn Savari mal nicht bei Steen draußen ist, dann viel besser, ist ja morgen dann fast. Alle Fernkämpfer mal auf die Speer. Ach, die Verteidigung hat die 25, was hat die hier? 28. Die Elfen bei Jochen, die halten halt viel aus, ich weiß nicht, manche viel. Oh, wow! Ja, du musst die halt wieder alle auf einmal herlocken und dann kannst du sie mit der Fein kompletieren, oder mit dem Feuerball. Ja, das ist halt so effektiv. Ich hätte gern... Oh, das ist nicht schlecht. So, jetzt können die beiden nämlich vor, im normalen Modus. So, wo lagst du die jetzt raus? Oh, gut! Ja, da brauchst du die mal automatisch hin. Oh, so, was für diese kleine Spinnchen? Okay. Hä? Du hast deinen Nahkämpfer nach hinten geschickt, eben das hast du schon aufgekommen. Mhm. Merkst du was? Das war fett, das hat's den. So, jetzt auch wieder, ihr alle drei da. Tschüss! Die laden ja alle erst mal nach, ne? Die Steinen sind schon tot. Du lockst halt die nächsten Spinn her und machst die auch so glatt. Ja. Ich kann wetten, dass die... Das war nämlich nicht schlecht, weil dann... Wenn die nach hinten nicht spielen laufen durch, dann können die nämlich den Tritt-Volt aufflankieren. Ich denke, ihr geht wieder in den Streifen, aber... Okay, das ist interessant. Okay, nein, ich bin euch weiter. Nee, es geht nicht, weil du im Kampf nur du bist. Sure. Und, hallo! Oh, jetzt denk dran. Was passiert? Nein, das ist ja nicht auf den Schlauch. Ich sag's, ja. Tschüss. Oh! Funktioniert. Jetzt würdest du sie nachladen lassen, und dann ist sie dann drauf. Ladst du leider noch? Ja, wir müssen sie nachladen lassen. Ja, jetzt laden sie noch. Nee, sehr nicht. Ach, ist das der Bader, der dich ganz entfacht hat? Ja. Und sein Gesang. Warum hört man die Kondition? Komm, ihr mal ein Zweierkopfchen. Wie süß! Die greifen nicht an, deine Nachricht. Ja, ich lass das. Sollst euch auch draufbrücken und nicht bewegen. Hab ich schon mit Sees gekauft, oder? Ja. Das zeigt das auch an, diesen coolen Schlabberding. Mir fehlt irgendwie eine Option, dass du den Sargen hast, sie sollen an der Stelle stehen bleiben. Weißt du? Ja, so wie es bei manchen Real-Time-Strategiespielen ist. Kann man mit dem Kampf speichern? Ja, bis ich nicht mehr im Kampf. Hört mal auf. Oh ne, oh ne. Nächstes was? Hm. Hast du schon gedacht, nämlich. Ja, man. Mit dem Geschwindigkeits-Buff. Das ist nicht ein bisschen. Deine Buff, in dem das ist der beste Geschwindigkeit. Oh Gott, so wie schnell. Guck, das ist das Blaue. Das ist nämlich das mit dem, äh... Ah, mit dem... Mit den Füßen. Ja, ja, ja. Okay, cool. So, ihr rollst jetzt mal, aber alle drei, da auf das Knie. Schasse springt. Und ihr, äh... Ja, dann machst du die einmal normaler Angriff. Da dreht uns noch die Tür, da keine Tür. Wobei, äh, normaler Angriff, aber du machst mal auf den hier das, ja? Damit ihr das so richtig mit ihr denken könnt. Die Viecher sind so schwach, die Haussenschein, ich kann am ersten Tag schon weg. So. Hoch. Schöne das alle haben. Das sind Waffenauskläge, das ist wegen. Wohenschütze sind am schnellsten, aber auch am schlechten. Hm. Jetzt kannst du nicht. Ich kann nur nicht von dem, haut halt übertrieben rein, gell. Ja. Die macht ja mega schwer. Ja, aber dauert halt ewig. Oh, geht's weiter, cool. Jetzt ist ein Stock, der höher oder tiefer. Hm. Ich will mit den beiden schon mal vorgehen, dann... Ja, lass die schon mal sterben und dann... Ja, ich finde die Taktik nicht schlecht. Ja, alles nicht. Ja. Ja, das ist so sehr gut. Mhm. Laut Linke ist noch ein paar Mal drauf schritten. Ah! Ah! Neue Orders, Lieutenant. Ready your squad. Ich ziehe in die Hose bei einem NPC, Alter. Come on, fuck. Das ist aber nicht so. Okay. 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 Wir gehen nach Deerwood, damit sie wissen, wo wir zurückgehen. Schrauben sie weg, wenn sie rauskommen. Oder lassen sie blaze, wenn sie nicht. Das wird sogar noch kurz, als der Brucken-Stone-Worl. Ich weiß, dass das für dich persönlich ist. Das ist für viele von uns. Aber verstehe, dass wir das machen. Wie kann ich das helfen? Wie kann ich das helfen? Ich glaube, schmeiße ich den jetzt dann raus. Wie lang ist das schon? Schon über zwei Stunden, ne? Zwei Stunden, genau, fast. Guter Zeitpunkt loszumachen. Wir haben ja weitergekommen. Hier eigentlich schon theoretisch drin. Ja, ja. Es geht. Okay. Lass mich das mal fertig machen. Ich füge mein Rücken nach links. Mal sicher, selber neuer Spielstand. Ja.